So, dann gucken wir mal, ja, einen noch, dann haben wir 64 voll, machen wir jetzt auch die Spitzhacke kaputt und dann gehen wir mal weitermachen, gucken mal, ob es reicht. Ich glaube zwar nicht, zumindest nicht ganz. Na. Hm. Ja, nur jetzt gehe ich kaputt. Los. Jetzt gehe ich schon kaputt. Na, endlich. So, dann noch die Setzlinge hier einsammeln. Da kam mal einer von oben geflogen. Da! Oh, verdammt! Oh, oh, oh. Nein, ich habe dich nicht angeguckt. Ähm, okay, wir haben da unten Monsterparty, und zwar außerhalb der Falle. Ich, äh, habe irgendwie vergessen, dort, äh, Licht zu machen. Und nun sind die natürlich überall. Oh, das ist, äh, das ist, äh... Ja, also, äh, wir gehen dann doch nicht weitermachen. Wir bleiben dann schön hier. Und, äh, machen noch ein paar Steine, damit wir hier als allererstes erstmal zumachen können. Wir mauern uns jetzt hier eins, so. Und dann machen wir halt noch ein paar Steine, in der Zeit, bis es hell wird. Und erst mal ein Stückchen, um so eine Spitzhacke zu machen. So. So ein Mist. Habe ich das echt vergessen, dort Fackeln hinzustellen? Oh Mann, oh Mann. Das ist alles voller Endermänner. Ije. Gut. Was haben wir denn jetzt hier an... Steine? Das ist ja noch nicht so wirklich viel. Kann man ja noch einiges machen. Na ja, die Nacht ist bald vorbei. Das Bett habe ich natürlich jetzt im Lager, wo wir nicht lenken können. Da tanzen die auch auf dem Dach rum. Also irgendwie... Da habe ich doch Fackeln hingemacht. Okay. Ja. Super. Muss ich da wohl noch ein paar mehr Fackeln hinmachen. Aber eigentlich dürfen die doch da nicht spawnen. Aber so darauf laufen können die auch nicht. Also der muss schon da oben gespawnt sein. Ich hoffe nur nicht immer im Lager. Hm, schon wieder einer. Das ist ja ein Ding. Da muss ich da echt tatsächlich noch mal eine Reihe Fackeln hinmachen. Das ist ja echt übel. Okay. Dann werden wir das mal nachholen. Und machen wir noch ein paar Steine. Dann sollten die dann aber auf jeden Fall reichen. Jetzt wird Tag los. Jetzt wird Tag los. Dann machen wir jetzt noch ein wenig Holz. Dann machen wir jetzt noch ein wenig Holz. Und was haben wir dann an Holz? 64 im Lager ist noch ein bisschen was. Zäune brauchen wir auch noch. Dann wird das nicht ganz reichen. Machen wir einfach noch ein bisschen was. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis es Tag ist. Ich würde da jetzt eigentlich ganz ungerne irgendwie in einem Creeper oder so über den Weg laufen. Das ist ja auch ein bisschen was. Aber die verschwinden jetzt schon langsam. Aber es kann sein, dass da einige bleiben werden, da das ja überdacht ist. Äh, facke mir hier ja nix ab, ne? Ja, das war mir klar, dass die nämlich genau da bleiben. Ah. Muss ich da wahrscheinlich gleich runter? Und die alles so wegmachen? So, jetzt machen wir uns erst mal Zäune. Ein paar zumindest. Na, komm her. Ah, ja. Und das. So. Das sollte erst mal reichen an Zäunen. Dann können wir hier noch mal ein Setzding hinpacken. Noch einen Baum abholzen. Und dann gehen wir gleich am Lager müssen wir sowieso vorbei. Gehen wir gleich mal gucken, was da noch an Holz ist. Da müsste noch einiges sein, das nehmen wir da mit. Und den Stein, den wir schon im Ofen hatten. Den können wir dann auch gleich, gleich Steinzickel draus machen. So, da müssen wir hoch. So. Da. War das der letzte? Und dann denke ich, ist das hell genug. Dann düsen wir mal los. Halt, aber erst mal das Setzding wieder hinpacken. Kann das mir schon mal wachsen. Dann. So. Hallo? Keiner da? Nein. Okay. Ich trau mich jetzt irgendwie nicht ins Lager rein. Hauptsächlich hört man das jetzt auch super gut, ob das aus dem Lager oder aus der Falle kommt. Ne, Lager ist gut, das ist alles, ist nix. Ähm, ne, Steinzickel lassen wir, also Stein lassen wir erstmal noch hier. Erstmal das Zeug hier rein. Ähm, Sprengpulver. Und was haben wir noch? Kürbis. Ne, Kürbis hatten wir doch gar nicht da drin. Setzlinge hatten wir da drin. Kürbis hatten wir hier. Äpfel auch. Das verrottete Fleisch auch. Melone nehmen wir wieder mit. Hm, Holz wollten wir mitnehmen. Ja, da haben wir doch einiges. Haben sogar noch eine Tür. Hm. Na. So, dann gehen wir nochmal zur Falle gucken. Und hauptsächlich Licht machen. Mal Fackeln auspacken, überall schon mal Licht machen. So, das sollte hier reichen. Mal gucken, ob da noch irgendwie Überbleibsel sind. Hm? Sieht doch recht ruhig aus hier. So. Na. So. Faden dabei? Nö, mal wieder nicht. Na. Immer noch kein Faden dabei. Da drinne liegt wieder ein Haufen Zeugs rum. Sagen, das holen wir uns noch schnell. Na, kommt da was? Ja. Steht irgendwie ein Zombie im Weg. Da ist doch gerade ein Faden, oder? Ja, wir bauen jetzt erstmal alle Seiten um. Dann machen wir das nach und nach dann hier wieder auf. Und dann... So. Ich kann das erstmal da in Ruhe raus. So. Und hier. So. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Sehr schön. So, dann machen wir hier wieder. Das wieder ruhig durch. So. Und hier auch. Hier kam auch irgendwie gar nichts an. Hm. Okay. Da kam aber einiges an. So. Noch die Seite. Dann haben wir es wieder. So. Und immer noch kein Faden. Also ich finde das echt ein Frecher, dass ich hier keinen Faden kriege. So. Dann... ...machen wir mal hier weiter. So. Breit haben wir jetzt hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So. Zack, zack. Okay, und da haben wir auch schon die ersten Steine weg. Also ich befürchte, die reichen uns hier nicht. So. So. Ich denke, das sollte uns eigentlich an Fläche reichen. Da wir eh zweistöckig bauen, sollte das dicke lang. So. So. Huch. So. Einen haben wir noch. Und noch drei. Ja, damit kommen wir dann natürlich nicht mehr so weit. So, da machen wir uns noch ein paar, aber die Fackeln nicht vergessen. Großzügig verteilen hier. es geht. further... ... ... ...